Hallo und so und schön, das war's. Wir spielen ein neues Mod-Pack, das heißt Exit, das ist schon älter. Wir spielen mit den beiden Karaoken hier, äh, Kabuken, ach, was weiß ich. Und zwar Ken. Ja, Kaoten. Hi. Es gibt noch ein anderes Wort. Und Ledrio. Hallo. Hallo. Das ist, äh, Kabuken. Hä, wie heißen das? Rabauke. Das Wort hab ich gesucht. Rabauken. Achso, Rabauken. Nein, nicht Rabauken. Oh nein, das Wort. Oh nein. So, äh, wir haben schon ein bisschen Holz gefahren, weil das am Anfang sonst zu langweilig ist. Und bauen jetzt einfach Exit-Sachen. Ganz einfach, klassisch. Und alt. Und fürs Coding von YouTube, weil YouTube nicht auf meine 60 FPS klarkommt, Full HD und 30 FPS. Und, ja, dann ist es wenigstens gut gecodet. Und nicht so scheiße wie die letzten Videos. Gut. Ich hab schon ein Monster getötet. Aber du hast noch kein Achievement. Was soll ich mir jetzt? Ja, das hab ich schon. Echt? Ja, das hab ich gerade eben bekommen. X. Richtige PvP-Scene auf jeden Fall hier. Achievement weg ist next. Oh, der hat einfach instant ins Zombie-Kopf gedroppt. Ja, das ist ja erhöht, glaub ich. Weil man die braucht für irgendwas. Guck dir mal meinen Skin mit dem Zombie-Kopf an. Sieht wahrscheinlich richtig beschissen aus, gell? Diese Musik. Oh, ich mach die auch. Oh, mein Gott. Was? Ja, ich bin hier in der Hölle, um mir drei Kabel zu holen. Eigentlich, ja, fünf. Äh, und, ja, es nehmt mir einfach ein Creeper explodiert. Chiefments werden gar nicht angezeigt, fällt mir grad auf. Ja, bei den, ja, also. Ja. Gut, und dann kann ich jetzt auch mal direkt ne Ankündigung machen, die ich zwar jetzt schon auf dem League of Legends Kanal gemacht hab, aber da guckt dir wahrscheinlich eh keiner, keiner von euch vorbei. Und zwar... Ist dein Video wieder hochgeladen? Ne, aber wird noch, also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, ist es noch nicht hochgeladen, aber ich mach das dann gleich nach der Aufnahme wahrscheinlich. Ach so, okay. Und zwar krieg ich am Dienstag, beziehungsweise Mittwoch mal gucken, wann der Techniker kommt, eine neue Internetleitung, sprich, dann können wir vielleicht auch mal streamen, die werden wir auch direkt einweihen. Und dann wird hier rechts oben, also, das hab ich jetzt in der Luft rumgewählt, aber ich hab keine Facecam, jetzt wird hier rechts oben so ein Infokärtchen aufploppen, wo drauf steht, nicht abbauen. Ach, das lacht. Nein. Jetzt würdet ihr oben rechts so ein Infokärtchen aufkloppen. Wann würdet ihr euch so ein Stream angucken? Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag wird es wahrscheinlich geben. Vielleicht auch Mittwoch, wenn... Aber da muss ich halt erstmal gucken, wie es mit Mitteln überhaupt einstellen ist. Auch den Router erstmal neu aufsetzen, sozusagen, und wir gucken mal. Der Techniker kommt recht früh. Ich denke mal, ich werde Mittwoch noch einbeziehen, aber das sehe ich dann halt, wenn ich das Video hochgeladen habe. Gut, was machen wir jetzt als erstes? Farben oder direkt richtig Action? Weil die Bosse geben auch richtig geilen Stuff. Ähm, ja, wir können von mir aus gleich mit, äh, Stein-Equipment, äh, den Boss kaufen. Was ist? Ich hab Dias, glaube ich. Ja, stimmt, die sind schon richtig weit oben hier auf dem Mod-Weck. Doch, doch, das kann schon sein, dass die schon auf Höhe 70 oder so sind. Ja, ich hab in der Singleplayer-Welt mal, äh, Dias auf Höhe 108 gefunden. Also, also Dias bin hier so viel weiter. Also hier sind gleich Stier. Die Rüstung ist aber heute nicht die krasseste Rüstung hier. Jetzt die Scale-Rüstung, die ist verdammt gut. Ich denke mal, wir bauen uns ein Spiel. Ja, aber du brauchst Diamanten, um Hexical Diamonds herzustellen, um die Scale-Rüstung herzustellen. Ja, gut. Aber Dias ist ein kleineres Problem hier. Es gibt auch noch die Jewel-Apples. Ich weiß aber nicht mehr, was die machen. Und Tickers Construct, das wird richtig interessant. Äh, du hast gesagt, da hast du irgendwo ein Dorf gefunden. Also, okay, ich glaube, ich sehe es auch. Ja, da war aber nichts Besonderes. Oha? Sicher? Ja. Also, das wäre eigentlich schon mal ganz gut, ähm, auch ein anderes Biom zu suchen. Denn, äh, in so einem Dorf könnte so eine Tickers Construct-Schmiede stehen. Und, ich glaube, da war irgendwie so eine weiße, so ein weißer Turm oder so. Ach, ein weißer Turm sind die Boss-Signer. Entei, stell bitte hin. Was? Warte, ich guck nochmal. Was? Ach, die Crafting-Map. Ich hab noch ganz viele dabei. Hier, nimm. Also, auf der Minimap sieht man da so einen weißen Kreis. Nee, ein Kreis ist es nicht. Ach, nicht direkt. Es ist einfach so ein hoher Turm. Der ist aus, glaube ich, Steinen gebaut halt einfach. Der war, glaube ich, nur ein Texture-Fekt. Und ich brauche unbedingt Essen. Kriegst aber nicht. Also, ich würde sagen, wir suchen uns erstmal anderes Biom. Ja, auf jeden Fall, dieser Sand ist voll dumm. Cracked Sand. Nee, auch wegen dem Villager. Die könnten recht wichtig werden noch. Ja, lass uns mal zu dem Turm gehen lassen. Soll wir Eisen sammeln und hier... Oh, hier sind Slime. Slime, hallo. Gibt's ja auch noch das alte Blockhitten. Das man aus der 1.10 vielleicht noch kennt. Und Klickspammen. Oh, Klickspammen. Und blocken. Das geht ja auch noch das normale Blocken. Das hab ich jetzt ewig nicht gemacht. Ich hab noch ne Chocopedia. Wer macht da jetzt die Geräusche? Ich hab noch ne Chocopedia. Gib mir mal Chocopedia. Bams. Gib mir mal ne Chocopedia. Ich hab auch nichts mehr zu essen jetzt. Ich wollte kein Pfeil haben, aber ich weiß nicht. Und wo hast du das Chocopedia? Das hab ich grad aus nem Tegelett bekommen. Oh, was ist das denn da für ein Steining? Ist ein Friedhof, oder? Ich glaub, da gibt's manchmal unter nem Grab Sachen. Oh ja, dann hast du richtig coole Chocoburst. Nein, lass erst mal Grabschändung machen. Und ne Tote ausgraben. Okay. Hilfe. Ja, ich werd sterben, ne? Nice. Ach, geil. Fängt ja schonmal gut an. Hast, ist verdammt schwieriger Mann von bei Hexit. Ja, vor allem, weil man nur mit drei Hungerkeulen respawnt. Du respawnst damit, womit du gestorben bist. Außer du hast unter dreieinhalb, oder so. Das Skelette hat uns übelst zerstört. Vor allem können die... Freilich. Alter, das hat nen Knockback-Bogen. Deswegen bin ich so weit weggeflogen. Wie so ein Frosch. Ich glaub, ich mach Keep Inventory an. Für den Anfang zumindest, weil das ist ja echt kacke, wenn wir die ganze Zeit nur noch verrecken sollen. Nein. Das ist doch dann voll langweilig. Das heißt, es ist langweilig. Wir werden immer noch hundertmal sterben. Es ist notwendig. Ja oder nein? Ich nehme einen Quatschlein mit. Also ich verklaufe euch dafür. Ich weiß auch gar nicht, hatten sie damals ein Projekt auch? Nein, hatten sie nicht. Okay, dann werden wir uns jetzt erstmal so machen und gucken, wie weit wir kommen. Ohne Keep Inventory. Schau mal dein Schwert hier ab. Hier. Braucht mein Grabstein. Da ist nix drin. Doch bei mir. Nein, die Sachen sieht ja alle aus. Also ja, ich muss zu mal im Grabstein. So, ich hab jetzt deine Sachen auch gesammelt, damit ich hier kämpfen möchte. Da hast du ein Schwert. Das sind immer noch schlechte Chancen. Kann die Scheiße helfen. Nein, kann man nicht. Ich will wenigstens zu gesagt. Alter, diese Mops. Ich hasse das. Geh weg. Hilfe. Der lockert gleich nochmal sterben. Und gleich ein Zombie-Villager. Ja, gg. Was sollen wir damit anfangen? Hier sind die Wideter nicht so krass. Ja, ich baue einen Block ab. Und natürlich ist da genau oben drüber eine scheiß Cave-Spider, die genau reinfällt. Ja, geil. Vergiftet. Mann, hilf mir mal. Wir können auch nix machen. Ich hab mich gerade sogar versucht einzubauen. Das funktioniert einfach nicht vernünftig. Okay, ich muss sprinten. Sonst komm ich dem Creeper nicht weg. Hä? Hier stand einfach so random in Skelettschädel rum. So, jetzt ist Tag. Jetzt können wir nicht weisen. Man muss echt versuchen, in den Tageszeiten was richtig zu reißen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen am besten zum Dorf und richten uns da dann eine Basis ein für den Anfang. So, schnell, schnell, schnell. Alles einsammeln, was irgendwie rumliegt. Meine Sachen müssen noch da oben liegen. Der Skobelstein. Meine Sachen liegen da auf dem Friedhof irgendwo verstreut. Ich glaube, wir haben gerade alles eingesammelt. Warum bist du noch aggressiv auf mich? Irgendwie sprinte ich nicht, aber ich weiß nicht warum. Na, ist doch besser so eigentlich nicht zu sprinten. Warum? Du verlierst so viel Hunger schon so. Ja. Alles abbauen einfach mal. Vielleicht ist hier irgendwo was drunter. Eckart-Zombie-Fleisch. Hier ist eine Kiste, wo nichts drin ist. Friend. Geil. Ich guck mal an die andere da drüben. Kann man das nicht so einstellen, dass dann... Ein Autolot. Weil die fahrt mit einem scheiß halben Herz. Hier stehen jetzt schon überall, äh, Dings. Da ist auch nichts drin. Äh, Grabsteine von uns rum. Passt doch zu einem Friedhof. Oh, hier ist, hier ist noch eine Kiste. Warum ist hier nichts drin? Hier sollte doch was drin sein. Du suchst dann immer alle. Du suchst das alles. Ich baue es ab und du guckst rein. Nachschwingen. Nachschwingen. Ja, hier ist wirklich nichts drin. Ja, okay, dann gehen wir erst mal weiter. Wir müssen wirklich viel jetzt einfach schaffen. Wir könnten einen Schokobus-Tay natürlich, aber bräuchten wir immer noch einen Schokobus-Sattel. Entein. Ja. Wo hast du mein Schwerzeug und sowas? Ja, schon. Voll gut ausgerüstet. Ja, von mir wurde auch alles eingesammelt. Hey. Schattel Eisen. Äh, Eisen. Steinschwert und Stein. Du musst einfach hinbekommen. Ach, wo? Was will der von hinten machen? Ja, das fragen wir uns alle. Nein, nicht schon wieder. Was? BDA. Äh. So. Wie der Schlemmung von nur einem Leben hat. Mitnehmen. Nein, Spaß brauchen wir nicht. Kann man das überhaupt mitnehmen? Denke mal. Braucht man die Slime-Welle eigentlich für irgendwas? Alter, das... Oh, ich sehe das... Ah, nee, das ist eine Burg, was du gesehen hast. Das ist kein Dorf. Aber da gibt's Loot drin. Das Problem ist, manchmal sind... Ja, da ist auch ein Dorf. Es gibt feindliche und friedliche Burgen. Die feindlichen sind echt schwierig. Ja, es gibt... Entei, wo bist du? Ich bin weitergelaufen. Einfach am Strand entlang. Es gibt ja auch... Oh, Mann, ich hasse das. War es weiterlaufen? Nein, ich hasse das. Entei. Dass ich nie jemanden wiederfinde. Einfach hier geradeaus und dann ist da ein Dorf. Ja, wohin gehen wir jetzt zuerst? Wir gehen erstmal zu deinem Dorf da und dann... Stopp mal, ich muss... Ach, egal. Ich glaube, einer von euch hat auch noch ein Steinschwert von mir eingesammelt. Nö, mir fehlt auch ein Steinschwert. Ich habe aber eins weggedroppt, glaube ich. Also ich habe jetzt nur eins, aber... Droppen die hier wegen dem Onepack Matten? Ne, nur wurde schade. Ach, das meinst du? Ne, das ist auch ein Boss-Tower. Aber das ist... Ich weiß gar nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Aus Sandstein. Vielleicht ist der Biom angepasst. Auf dem Wasser... Also ich habe das jetzt nur auf dem Wasser und normalen Biom. Ja, das ist... Ja, hier ist das drauf. Äh, kommt mal bitte her. Hier gibt es richtig geilen Stuff in den Kisten. Je weiter man nach oben kommt. Hier ist schon mal Lederrüstung und Pfeile und Essen vor allem drin. Einfach weiter nach oben. Geben wir mal bitte was zu essen. Ja, es sind halt nur 9 Millionen. Bist du jetzt in diesem Tower? Ja, genau. Oh, ja. Da gibt es richtig krass einen Stuff drin, aber es ist halt auch saugefährlich hier reinzugehen. Äh, gibt es eine kleine Fließe? Doch. Ich habe die ersten zwei Spawner jetzt schon mal abgebaut. Ach so. Und das war es auch, glaube ich, schon wieder mit mir. Ich wusste... Ich habe ein halbes Herz, ne? Ich mache die Hacker-Taktik. Hex activated. Hex activated. Bam, bam, bam. Solche Hex. Solche Hex. Oh mein Gott. Ich kann nicht belieben, was ich für Hex habe. Baut den Spawner ab. Ja. Oh. Alter. Zwei Herzen. Aber ich habe eine Enchantment-Bottle. Da oben gibt es 1000 davon. Sobald es ist, man kommt halt drauf. Oh man, da gibt es noch weiter. Ich habe ein Eisenschwert, eine Angel, Enchanted Book, wo nichts drauf ist und eine Axt. Wir machen die Hacker-Taktik. Ja, was machst du denn? Ich brauche mich an der Seite hoch. Oh, ich habe vier Boote befunden. Na, jetzt endlich mal wieder regenerieren. Ich habe mir die Blöcke von unten genommen und brauche mich jetzt an der Seite hoch. Achtung. Weil wir den Wix auch nicht anders richtig gelooptet bekommen werden. Oh, das wollte ich nicht. Ender-Perlen, Enchantment-Bottles. Okay. Mein Inventar ist jetzt schon geflutet. Okay. Oh, Cotton können wir, glaube ich, noch gebrauchen später. So. Mushroom-Stew und Ender-Perls. Und scheren. Warum nicht? So, noch ein Stockchen weiter. Wir müssen aufpassen, wenn wir die vorletzte Truhe öffnen, beschwören wir einen Boss und den kriegen wir nicht da. Ja. Okay, aber hier ist richtig viel Essen. Wir müssen die gar nicht öffnen. Wir müssen nur ganz oben ankommen. Bookshelves und vor allem fällt der Tower dann. Okay, ich habe Ender-Perl. Das ist nicht mein Problem. Banshock. Wir nehmen einfach mal alles mit, was irgendwie wertvoll aussieht. Ich gehe. Ich gehe da mal. Ich sammle mich immer super hoch. Das ist so einfach. So easy. Ich sammle für einen Staff. Vier Dias, nice. Nice. Ja, ich habe elf Eisen. Nether Wars und eine goldene Karotte. Da kann man dann eine Eisen-Pickaxe machen, weil kann man... Yes, Sammel. Nein. Tschüss. Bams. Da oben war eine scheiß Cave-Spider. Die hat mich runtergenhockt. Blöde Bitch. Warte, Brot brauchen wir nicht. Huh? Rüstung. Oh. Rüstung. Rüstungsland. Ich habe mir noch Rogen. Den kann keiner verstehen. Das ist so sad. Was den keiner verstehen kann. Ich glaube, ich habe Rüstungsland entdeckt, gell? Cotton. Ich habe Baumwollsamen. Nice. So. Ich habe mal meine Render Distance ein bisschen runterstellen. Nicht auf Short. Nicht auf Tiny. Bleib halt auch normal, ey. So eine Scheiße hier. Warte, was steht hier? Keine Ahnung. Ah. Hier steht auf deinem Graf. YouTube Batze, YouTube Batze, YouTube Batze, YouTube Batze. Ja, ich weiß. Das habe ich ja gesehen. Wir sind bei 15 Minuten. Ich glaube, wir machen 20 Minuten folgen meist einfach. Für zumindest die erste. Ich gucke da mal, wie groß die Dateigröße ist und dann passt das. Na ja, das ist doch jetzt voll unnütz noch. Ja, ich habe es einfach mal mitgenommen. Jetzt habt ihr alle meine Sachen. Ja. Kriege ich die mal wieder? Du hattest auch alle meine Sachen. Ja, ich habe dir das meiste hier wiedergegeben. Also das Beste wiedergegeben. Die Spitzsache. Ja, mir hast du gar nichts wiedergegeben. Nein, du hast mir das Beste nicht wiedergegeben. What ever. Ich hätte dann noch... Aber ich würde gerne mal zur Burg da hinten. Wenn es eine freundliche ist, dann haben wir richtig geilen Stuff am Ende. Wenn es eine feindliche ist, dann haben wir die schaffen, dann haben wir auch richtig geilen Stuff am Ende. Ja, wir sind Osterdott. Ja, kommt mal. Hey Leute, dann lasst mich mal nichts. Was ist die Burg da auf dem Wasser? Ja. Hey Leute, wo seid ihr wieder? Wir gehen gerade wieder zurück zu diesem pinken Baum. Ja, nur so, dass ich... Ach, egal. Okay. Okay, ich sehe dich vor. Ah, ich sehe euch auch. Ja, warum schwebst du? Kann ich wenigstens ein bisschen Holzschlung dir wiederbekommen? Sonst kann ich mir kein Boot bauen. Äh, ich habe kein Holz. Du kannst auch meine Holzpicklicks und meine Holzschwerte wieder haben. Aber mein Holzschwert ist fast kaputt und meine Picklicks auch. Sakura. Gut. Erinnert mich an Anime. Sakura Planks. Wollen wir mal ein Zeppling mitnehmen? Ja, können wir machen. Crafting Table mit Sakura Holz. Sakura Sticks. Aber wenigstens ein normales Wundensword hier. Die sehen cool aus. Alter, ich sprinte nicht. Das ist... Crafting Table ist wirklich interessant. So. Oh, die haben ja eine andere Farbe. Kann ich jetzt... Ja. Das ist ein normaler anderer Raum. Also ich habe schon... Also ich habe schon mein Boot... Yo. Ich hatte ein Boot. Aber es wurde mir weggenommen. Schloss. Schlossland. Oh, Schloss. Schlossland. Ja, okay. Auf zu Schlossland. Jetzt wissen wir nicht... Sollen wir die Folge Hacker-Taktik oder sollen wir die Folge Schlossland nennen? Schlossland. Schlossland. LOL. Und in Schlossland ist einfach so ein hässlicher Turm gespawnt. Oder was? Ja. Das ist sad. Armes Schlossland. Irgendwie LOL. LOL. Was passiert? Internal Server... Internal Server Everett hat mich rausgeschmissen. Ich logge mich wieder ein. Schlossland mit Turm drinnen. Schlossland mit Turm drinnen. Aua. Ja. Ich habe ja gegen Gelenke, aber irgendwie komme ich nicht mehr jetzt auf die alte Steuerung klar. Nein. Nein. Ich vergebe mir, wie das eher nicht sprinten jetzt. Sondern doppel W. Ich vergesse aber, dass cool nicht, dass ich generell gar nicht sprinten kann, warte, ihr kurz, bitte, bitte, bitte. Ich habe nicht. Nö. Warum seid ihr immer so doppelt zu mir? Ah, 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 hier. Weil du meinst Saft gesammelt hast. Oh, hier ist keine Schlitzsacke drin. Ich will nicht storpsen. Ich kann die Spawner nicht abbauen. Warte, ich komme. Wow. High Speed. Wow. Amazing. String. Nö, kommt her. Ich habe keine Lust auf... Alter, man kriegt der hier gar... Da musst du weggehen. Haut mich halt auch nochmal, ne? Hä, wieso hat's... Ist ja nicht so, als wäre ich schon low life, ey, hier. Nochmal die Jäger-Taktik. Nö. Das ist ja einer der besseren Taktik, ne? Ach, sorry. Aus gebildete Profis machen. Oh, ich glaube, ich habe... Alter, ein Envel. Richtig gut. Ach, Eisdreck. Bin er. Ich habe ein Schild. Ich habe einen Vorteil. Ich habe ein Schild. Und ich habe nichts zu essen. Doch, ich habe ein Pfeil. Das hat Minecraft auch aus einer Mod geklaut. Da war es ein Schild. Die Schild da. Ja. Ist doch gut, dass die sie übertragen haben. Für mich. Gibt es eine Backhand? Ich glaube, es gab... Also, sozusagen eine Backhand. Konnte man das nicht irgendwo... Vielleicht kann man auch irgendwie... Ne, man konnte ein Schild machen. Achtung, also ich... Ja, ich warte doch schon. Ich habe keine Spitzzeuge, um die Kacke abzubauen. Das ist die Sache halt. Kann ich mir nutzen. Oha. Ich habe ja nicht mal ein vernünftiges Schwert. Hast du ein Steinschwert wenigstens? Ne, ein Holzschwert. Warte, ich gebe dir ein Steinschwert. Hier. Das ist doch fast kaputt. Ich habe aber selbst nicht gespielt. Ich habe keine Spitzzeuge. Ich würde ja mal reinrennen, aber nein. Jetzt muss ich mal kommen mit Spitzzeuge. Warum kämpfe ich immer damit, wenn ich nicht... Ach, ist das Attack-Damage oder... Ach, sobald ich... Wenn ich ein Schwert in der Hand habe und ein Rechtsklick mache, blocke ich automatisch. Cool. Könnte jemand die Spawner abbauen vielleicht? Ach du Scheiße, das ist eine... Es ist ein Spinnen-Boss. Oh nein. Fuck. Hallo. Petrio. Spinnen-Boss. Kann mir jetzt bitte jemanden Spawner brauchen? Ich habe still noch keinen Sinn. Da sind Diablöcke. YOL. Also ein Diablock habe ich gesehen. Und da sind noch Eisenblöcke. Da unten. Da unten. Wo? YOL. Aber wir haben keine Eisenschwiss-Sacke. Ich habe eine Freezerite-Leggings jetzt schon gefunden. Achtung. Vielleicht mit verzaubertem Bogen. Meiner. Wartet. Was ist da drauf? Bauer 1. Willow-Bogen. Gushy. Äh, ich leuchte ihn aus. Ich hoffe, dass da unten keine Mobs mehr spawnen. Spawnt er noch was? Wer von euch hat das hier ein? Nein, ich habe kein Schwert mehr. Hilfe, ich habe keine Hilfe. Ich werde sterben. Hilfe. Geil. Lebt einfach mein Zeug, Leute. Oh, hochbauern, hochbauern. Ich konnte nicht alles aufzuhaben. Ich habe eine Axt mit... Keine Ahnung, wie viele Trecken. F3H. Gab sie noch nicht. Geil. Der eine da hat einen... Scheiße. Scheiße, Scheiße. Fuck. Ja, ich auch. Ich stirbt auch. Ja, ich habe mich gerade noch mit zwei Herzen gerettet. Was, du hast du gebt? Wollen wir hier die Folge beenden? Ja, ich habe mich zugebaut. Aber ich habe halt jetzt nicht mehr ganz so gefasst. Leben. Ich beende da mal die Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.